Aus Versehen einen richtig krassen Reichweiten-Test machen? Jo, ist drin. Ich bin hier 30 Kilometer weiter entfernt, habe mich so ein bisschen verfahren, wollte eigentlich so einen anderen Reichweiten-Test machen. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall 30 Kilometer weit weg von zu Hause, muss jetzt gucken, wie ich wieder zurückkomme, denn das ist ein XT600 und der hat nur eine Reichweite von normalerweise 40 Kilometern. Ja, wie ihr hier seht, ich bin weit weg und ich halte euch auf den Laufenden, ob ich wieder bis nach Hause komme oder wie viel ich schieben muss. In dem Sinne, let's go!